Jo Leute und damit willkommen hier zu einem neuen kurzen Shop Video und das ist heute der erste Shop aus 2022 und an der Stelle erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe ihr habt auf jeden Fall einen guten Start ins Neujahr gehabt. Jetzt würde ich auch sagen schauen wir uns direkt mal den Shop an, gucken was heute reingekommen ist und dann mal schauen. Ok also wir gucken erstmal von unten. Ich denke mal die ganzen Sachen von gestern, die ganzen Partysachen und so werden bestimmt geblieben sein. Cobra Kai, diese ganzen ja man kann sagen Karate Sachen sind geblieben und die Musik auf, also hier die ganzen Sachen von gestern, die Partysachen und auch hier alles geblieben, auch die ganzen Modes und dann jetzt mal schauen was im Start ist. Wäre cool irgendwas gratis wäre, aber ich denke mal nicht und ok, neuer Skin aber leider nix gratis, schade. Hier gibt es dann die Dawn, so sieht die aus, jetzt denke ich mal halt ein Sylvester Skin. Direkt noch ein 2. Stil, der sogar schon nice aussieht. Ok, hier gibt es noch einen Rücken aus der Form mit so einer Sonne und die strahlt immer mehr aus. Da nochmal ein 2. Stil, ganz nice. Scheint wohl dann so reaktiv zu sein, während des Spiels wird die immer heller. Ganz cool. Ok, ansonsten die Sachen hier nix besonderes, kann man direkt schon mal sagen. Kristall nochmal am Start, sehr sehr oft hier mit dem Boronto und dann auch mit dem Gleiter und der Hackel ist ja immer alles gleichzeitig am Start. Ist aber nix besonderes, ist auch nur einen Monat scheinbar her. Darunter Sperrweteranen, auch die Monatär, sehr sehr alter Skin. Hat noch nen 2. Stil unter diesen Hut. Und dann gibt es den Caster zurück. 180 Tage her. Ok, hier gibt es dann noch 4 Stile insgesamt. Und auch der nochmal zurück. Kleines bisschen selten. Dann gibt es hier nochmal die Elmira. Die ist 93 Tage her. Auch die hat nochmal die ganzen Stile und das Rückenteil. Und dann gibt es hier die Zaubermachthacke. Und auch die hat noch den 2. Stil. Ok, ist 166 Tage her. Unmagisch zu schwingen. Sind 17 Tage her. Ok, und dann mal kurz gucken. Tägliche Sachen. Ist alles nur Monat her. Barfußermittlerin. Die Pistole auf dem Rücken ist schon ganz nice. Dann gibt es noch die Sandwehrfahrerin, die jetzt nicht so besonders aussieht. Beschlagene Hackel. Sehr sehr beliebt. Weil sehr clean ist. Und Criss Cross. Ein ziemlich aufgedrehter Tanz. Dann gibt es noch Papierdrache mit Vorbewegung. Und die Punktetafel. Ok, also wirklich nix besonderes bei. Alles nur Monat. Die Sachen sind ein bisschen seltener gewesen. Das hier war auch nur ein Monat. Und dafür gibt es aber so neun, sag ich mal so, Vesterskin. Na ja. Aber an der Stelle auf jeden Fall nochmal ein frohes Neues an alle. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.